Kippe ich den in die Ziegelsteine. Bin echt so unerschlossen. So meine Damen und Herren, das hohe Dach ist fertig. Okay, das war's. Das Dach ist fertig. Ich hab auch schon abgebaut. Das sieht richtig geil so aus. Richtig geil hoch und alles. Hier kommt natürlich wie gesagt noch Dachgeschossen, alles so hin. Warum ist da eine Flasche drin? Hm. Das sind die Fragen, die jeder fragt. Denn Fragen sind Fragen, die folgen sind. So, wir schmeißen mal kurz den wieder an hier. So. Wollen wir mal wieder ein kleines bisschen Strom bekommen. Äh, hier ist alles auf Out. Okay. Denn unser Electro-Furnace sagt irgendwie nein. Äh, ja ich hab ein Kabel-Tabit, zwei Kabel-Tabit gebaut. Einmal so ein komplett grünes. Und einmal, also das ist eigentlich komplett grün. Es ist eigentlich nur, dass wenn da vorne man zu sind, äh, ich mich hinter verstecken kann. So. Ähm. Was machen wir in diesem Pub? Ich hab mir ein bisschen Clay geholt. Ich möchte mal gucken. Es gibt hier auch die, nicht die Ice Rigs, sondern auch die Private Stones. Und ich möchte mal gucken, wie die so als Dach aussehen. Stone Slabs. Grindstone. Ach, das ist dieses, ah, ich glaub ich weiß, was es ist. Ja, aber wir haben ja gleich das Elektro rausgenommen. Ähm. Hardsprix. Wer das? Es sieht mir aus wie eine Mauer. Das können wir später das Mauer machen. Ja, wir bauen. Äh, hier. Man sagt hier so rausgenommen. Und das Ding mal braten. Und das Ding mal braten. Hallo. Ah, stimmt ja, ich hab kein Wasser. Ich hab kein Wasser. Ich hab kein Wasser. Ich hab Angst, dass das Ding jetzt explodiert. Ah, fuck. Glauben, ob ich hier nirgends wo rumliegen. doch es ist nicht die effiziente variant aber die schnellste variante am samstag ich weiß nicht freitag und samstag sind so die sind zwei tage die bei mir recht geplant sind jetzt das kommt noch mit dem clay machen das haben wir dann so ok gut was haben wir noch clay da geht es die verschiedenen farben ok na nicht viel ich weiß einfach jetzt noch was so viel 28 16 nicht mehr nevon frisch asasia die kreiberneufel Prozent wo sind das wohl genug Steine und sind so ein kleines Test zu machen jetzt guck mal wie es alles sieht weil ich jetzt sehr geil aus wie mache ich das jetzt so ein bisschen nach oben da will ich lieber für Holz jetzt habe ich das hier unten gemacht damit ich keine Dings mehr bauen muss wo ich das drauf bauen muss dafür ist das hier schon recht praktisch nein nochmal zurück zu kommen Samstag so wie Freitag sind so zwei Tage wo ich naja Freitag jemand abholen nach der Arbeit dann schlafen gehen das weiß ich überhaupt nie weil ich dann aufstehen soll von den Toten und Samstag bekomme ich Besuch das heißt entweder vorproduktion oder nothing und ich probiere alles um vorproduzieren ihr kennt mich ihr kennt mich so stark dass ihr weiß dass ich hier mein Leben dschungel naja mein Leben dschungel kann man mit dem vielleicht noch was machen das können wir noch machen oder dann bohnen wir ran so eine Theke ist das glaube ich gewesen na was war das man könnte es anders farbig machen aber na aaaah dum 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 man so so ist die Zeit schon vorbei ich glaube wir machen mal ein Holz ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht oder ich habe noch ein Bricks das probiere ich gleich nach dem Part oder habe ach komm wir machen noch ein paar Bricks das machen wir noch schnell diesen Part so warum ich das hier gemacht habe und nicht unten keine Ahnung das könnte man ja jetzt so machen hier drüben wo ist das könnte gut passen was wird so teuer ich nehme die zielsteine bin ich so unerschlossen es ist na gut wir werden wir nächstes was gucken wenn euch der ganze Part gefallen hat gibt einen Daumen nach oben wenn nicht einen Daumen nach unten schreibt mir in den kommentar ob ich mehr sehen wollte oder nicht dann müssen wir zum nächsten mal sagt er mir das tschau 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 tsch